Liebe Fans, ich freue mich auf mein erstes Heimspiel. Ich weiß, auch wenn ich nicht mal in Frankfurt bin, dass die Situation momentan nicht einfach ist. Am Samstag gegen Hannover geht es schon wieder weiter. Ich erwarte ein volles Haus und volle Unterstützung von euch. Die Mannschaft braucht euch, die Mannschaft braucht euch. Denn gemeinsam sind wir nur stark und wir können es dann auch nur gemeinsam schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr den Klassenerhalt schafft und drückt euch ganz fest die Daumen. Ihr habt die Qualität in der Truppe, ihr könnt die Qualität sowieso von den Rängen kriegen, das wissen wir. Lasst uns jetzt noch näher zusammenrücken. Es müssen alle an einem Strang ziehen, alle gemeinsam durchgehen. Volle Unterstützung für die Mannschaft, volle Unterstützung für Eintracht Frankfurt. Auf jetzt! Auf jetzt! Auf jetzt! Eintracht in Frankfurt!